Ich glaube ganz fest daran, dass ein eigener Stil immer authentischer und erfolgreicher ist als jeder Mainstream. Das führt teilweise sogar dahin, dass wir glauben, dass wir mit begrenzten technischen Möglichkeiten auch nur begrenzten Erfolg haben könnten. Und wir brauchen auf jeden Fall noch das Monitoring-Tool für 7000 Euro im Monat, sonst geht hier irgendwie gar nichts. Frage, warum eigentlich? Das war ein sehr, sehr inspirierender Moment für mich. Ich kann nicht 24 Stunden präsent sein, das geht nicht. Aber ich kann mich bewusst entscheiden, wann ich 100% präsent sein möchte. Die Künstlerin zeigt mit ihrer großen Bandbreite an Szenarien, dass die Künstlichkeit von Identitäten dazu führen, dass Identität mehr denn je wählbar konstruiert und nach Bedarf formbar ist. Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joana-Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Böndel. Herzlich willkommen bei Folge 49 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Wir widmen uns heute der Welt der Stars und Sternchen und zwar aus einer ganz besonderen Perspektive. Nämlich keiner hat so viel live mitbekommen wie die weltberühmten Fotografen. Naja, so direkt vor ihren Kameras. Als ich überlegt habe, wen wir vorstellen können, fielen mir direkt unzählige Koryphäen, also sozusagen das Who-is-who der Fotografenwelt ein. Insbesondere der Modefotografie. Da wären zum Beispiel Peter Lindbergh, Mario Testino, Helmut Newton, Oliviero Toscani, Terry Richardson, aber auch Cindy Sherman, die ja auch ein bisschen als Künstlerin gilt, aber dazu später noch mehr. Ich bin, das müsst ihr wissen, ich habe es vorhin schon Philipp erzählt, schon fast süchtig nach guten Magazinen, Coffee Table Books und ästhetischer Kunst. Also ihr könnt mich wirklich in so einen Museumsshop absetzen und dann später einfach wieder abholen. Damit bin ich total zufrieden. Ich habe letzte Woche ganz spontan von einer Freundin sogar ein Buch geschenkt bekommen. Die richtigen Freunde, die wissen nämlich genau, was man mag. So ein Model Manual, wo es auch über die Geschichte von Models und Supermodels ging, habe ich mich total riesig gefreut. Und wer in meine Wohnung kommt, der fühlt sich vielleicht immer ein bisschen wie in einem guten Museum. Ja, musst du mal vorbeikommen. Ja, gerne. Nein, wir wurden noch nicht eingeladen. Ja, kommt noch. Tobias und ich schreiben uns jeden Abend bei WhatsApp, warum hat die uns eigentlich noch nicht eingeladen? Liegt wahrscheinlich an Corona. Ja, leider. Aber ich hole das nach, auf jeden Fall. Und eine sehr lustige Anekdote, die ich gerne an dieser Stelle erwähne, apropos Museum. Ich habe ein kleines Patenkind und mit sechs Jahren, die ist jetzt schon ein bisschen älter, hat sie mich tatsächlich gefragt, warum ich denn so viele Bilder von nackten Frauen in meiner Wohnung hängen habe. Und jetzt erkläre einem sechsjährigen kleinen Mädchen mal die Kunst der Modefotografie. Ich habe mir dann eins zurecht gestammelt, habe ihr auch erzählt, dass ich auf Männer stehe, nicht auf Frauen. Solche Sachen kamen dann da. Aber das ist bis heute Thema, wenn die mich besuchen, irgendwie ganz sweet und natürlich zurecht gefragt. Ich stehe einfach auf Modefotografie und auf Fotografen. Von daher trifft das Thema heute natürlich mitten in meinem Fotografieherz sozusagen. Die Modefotografie hatte sehr lange damit zu kämpfen, überhaupt in den Kanon der Künste aufgenommen zu werden. Sie galt nämlich in der Szene eher als, naja, sorry for the wording, Fuckwort in der Kunst. Sie galte sehr lange als frivol, dekadent, selbstverliebt bis eitel, oberflächlich, flüchtig, kommerziell, also irgendwie gar keine richtige Kunst. Und brauchte auch eine ganze Zeit, um als Kunst wahrgenommen zu werden. Denn sie war und ist oft perfekt inszenierte Werbefotografie des Schönen gewesen und hat sehr lange nicht den Anspruch der Echtheit vertreten. Das hat sich dann im Laufe der Zeit gewandelt. Da hören wir auch später noch ein wenig zu. Und ist dann in den Kanon der Künste aufgenommen worden und wird heute in vielen Museen weltweit als eigenes Genre geführt. Aber wir wollen ja heute versuchen, mal nicht anderthalb Stunden zu machen. Von daher, wen haben wir denn heute dabei, Philipp? Erzähl doch mal. Da komme ich gleich zu. Erstmal möchte ich mich ganz, 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 ganz herzlich bei Mika bedanken. Mika hat uns nämlich Post geschickt, geschrieben. Und dieser Post lag eine Soundmachine bei mit dem dezenten Hinweis, dass Tobias sich das ja gewünscht hat. Witzigerweise ist Tobias ausgerechnet jetzt bei der Premiere dieser Soundmachine nicht dabei. Ich schaue mal gerade, was wir hier zünden können. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause diese Soundmachines kennt. So eine kleine rote Box mit vier, acht, zwölf, sechzehn Knöpfen drauf. Also wir haben hier allerlei Soundeffekte, die wir abschießen können. Ich probiere mal das Klatschen. Aufgepasst. Ja, da geht noch mehr. Da geht noch ein bisschen mehr. Pass auf hier, die Bombe. Oder auch der Trommelwirbel. Ja, I like. Okay, das nehmen wir. Das finde ich gut. Also Learnings jetzt auch mit Soundmachine. Das wird großartig. Super, danke Mika. Danke Mika. Ich behalte diese Soundmachine auf jeden Fall mal in Reichweite. Falls du hier gleich die eine oder andere Bombe zündest, kann ich das direkt untermalen. Ja, Modefotografie. Vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich war komplett blank, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin in Sachen Modefotografinnen und Grafen überhaupt nicht bewandert. Deswegen war ich sehr froh darüber, dass du mir Helmut Newton und Cindy Sherman sehr ans Herz gelegt hast. Und du wurdest bestätigt in deinen Hinweisen, denn beide haben großartige Karrieren hinter sich. Beziehungsweise Cindy ist ja tatsächlich noch am Werkeln. Und ich glaube, von beiden können wir unglaublich viel lernen. Deswegen freue ich mich heute, diese beiden Blöcke mit im Gepäck zu haben. Cool. Ich habe Peter Lindberg dabei. Natürlich, wenn man an Modefotografie denkt, da kommt man gar nicht um Lindberg herum. Und Annie Leibovitz hat mich auch sehr beschäftigt. Eine großartige Frau. Und dazu gleich mehr. Let's kick it off with Helmut Newton. Ganz kurz hier noch Zwischenfrage. Annie Leibovitz, hat die nicht so eine Netflix-Doku jetzt auch? Oder irgendwie so ein Special bekommen? Das ist eine andere, ne? Fran Leibovitz, das ist jemand anderes. Auch sehr gut, kann ich auch sehr empfehlen. Großartig. Habe ich nicht gefühlt, ne? Also nein, ich habe es nicht verstanden. Wahrscheinlich muss man sich da reindenken. Das gibt es nicht. Da haben wir uns so 15, 16 Minuten lang irgendwie gegeben und dann, ne, okay. Ich habe das durchgesuchtet. Echt? Ich glaube, das sind ja vier Folgen. Großartig. Ich habe nur gelacht. Also das, ja, vielleicht… Mit Letterman ist die da, oder? Genau, richtig, ja. Ja, da hättest du mir ja… Don't call it a city, ne? Ja, genau, richtig. Großartig. Hat jetzt gerade nichts mit Modefotografie zu tun. Nein, aber… Aber wir geben ja auch Tipps am Rande. Ich bin bekannt für meine Off-Topic-Einwürfe. Genau, das war nicht Annie Leibovitz, das war Fran Leibovitz. Okay. Aber ja, stimmt. Ähnlich auf jeden Fall vom Namen. Wir fangen aber heute an mit Helmut Newton. Yes, Helmut Newton, einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts, wurde 1920 als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Knopf-Fabrikanten-Familie in Berlin geboren. Damals noch als Helmut Neustädter. Und wir kommen gleich dazu, wieso aus Herrn Neustädter irgendwann dann Herr Newton wurde. Knopf-Fabrikanten-Familie. Finde ich auch super. Gibt es heute, glaube ich, irgendwie nicht mehr. Mit was verdienst du dein Geld? Na, ich mache Knöpfe. Okay, cool. Er war dann bis 1936 auf einem Gymnasium, welches er dann allerdings abbrach, nachdem er schon zu dieser Zeit mehr dem Schwimmen, den Mädchen und dem Fotografieren zugetan war. Guck mal, der Schlingel. Und er entschied sich entsprechend früh dazu, Fotograf zu werden. Er ist dann mit gerade mal 16 Jahren, also 1936, der erfolgreichen Modefotografin Iva gefolgt. Bürgerlicher Name Else Ernestin Neuländer Simon. Also muss man sich auch erstmal ausdenken, so einen Namen. Bei ihr ist er in die Lehre gegangen, was sein Vater ganz schön entzürnt hat. Aber der Helmut wollte eben Fotograf werden und das war das perfekte Einstiegsszenario. Wer auf die Jahreszahlen geachtet hat, wird schnell festgestellt haben, dass das eine Zeit war, in der das Nazi-Regime leider, leider die Oberhand gewann. Und so kam es dann nur zwei Jahre später, also 1938, zu den organisierten November-Pogromen und er musste fliehen. Das tat er mit zwei Kameras im Gepäck über Singapur nach Australien. In Singapur arbeitete er dann zwei Wochen lang als Bildreporter bei der The Straits Times, wurde da allerdings wegen Unfähigkeit entlassen. Finde ich ganz witzig, wir begegnen immer wieder unglaublich erfolgreichen Menschen, die irgendwo mal wegen Unfähigkeit entlassen wurden. Ich glaube sogar auch Walt Disney wurde irgendwo mal als Zeichner entlassen in seiner frühen Anfangszeit. Unglaublich, so ging es eben auch Helmut. Also Helmut war unfähig und ist rausgeflogen. Er zog dann weiter nach Australien, dort war er erstmal fünf Jahre lang als einfacher Soldat und Lastwagenfahrer der Armee. Am Werkel waren die Kriegsjahre, entsprechend gab es da auch nicht so wahnsinnig viele Optionen. Und dann 1945 nach Kriegsende eröffnete er ein Fotostudio in Melbourne. Und im Zuge dessen, also mit dieser Niederlassung in Melbourne, erwarb er dann ein Jahr später auch die australische Staatseingehörigkeit. Und im Zuge dessen wurde dann irgendwann auch aus Neustädter Newton, also aus Helmut Neustädter wurde Helmut Newton und es begann seine bemerkenswerte Karriere. Zwei Jahre später, 1947, lernte er die Schauspielerin June Brunel kennen, die tatsächlich selber auch Fotografin war und die beiden heirateten nur ein Jahr später. Das war auch so ein bisschen der Beginn seiner Karriere, also seine Portrait- und Modefotografie wird immer gefragter. Und so reiste er dann ein paar Jahre später in den 1950er Jahren viel durch Europa, arbeitete neben anderen Magazinen für die britische, australische und schließlich 1961 auch für die französische Modezeitschrift Vogue. Auch diejenigen unter euch, die sich so gar nicht für Modezeitschriften interessieren, sollten wissen, dass die Vogue nicht irgendeine Modezeitschrift ist, sondern THE Modezeitschrift. Und auch wenn es sie in vielen Ländern gibt, ist die französische natürlich immer noch das Nonplusultra. Zu der Zeit war Newton allerdings nur im Bereich Werbeportrait und Modefotografie irgendwie erfolgreich oder was heißt nur? Also er war halt ein erfolgreicher Werbeportrait und Modefotograf, aber er war weit entfernt davon, eine Ikone der Fotografie zu sein oder zu werden. Das folgte er später und so resümiert seine Ehefrau June im Jahr 2016, also nach dem Ableben von Helmut, Zitat, Bevor er den jungen Dingern die Kleidung auszog, war er ein Modefotograf, ein Bildermacher, den man mieten konnte. Die ganze Nacktheit, für die man ihn heute kennt, das kam erst viel, viel später. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, was hat es hier mit Nacktheit auf sich? Das klingt ja ganz spannend. Philipp, erzähl doch mal. Das Ganze ging dann tatsächlich in den 70er Jahren los, also sexuelle Revolution haben wir auch alle noch irgendwie auf dem Schirm. Die hatte er im Rücken und so wendete er sich vermehrt der Aktfotografie zu. Das brachte ihm wahnsinnig viel Beachtung, aber natürlich auch wahnsinnig viel Kritik, denn Newton lieferte oder liefere, besser gesagt, einer verunsicherten Männerwelt einen neu geschärften Blick auf die erstarkten Frauen. Alice Schwarzer war auch nicht weit. Sie hat natürlich direkt kommentiert, dass Helmut da am Schaffen war und sagte, eine schwache Frau unterwerfen, wie uninteressant, eine starke Frau brechen, echt scharf. Man kann da natürlich zwischen den Zahlen lesen, dass sie das alles nur so semi-geil fand, was Helmut da fabriziert hat. Aber das Ganze tat seinem Erfolg keinen Abbruch, denn seine Arbeiten loteten immer den Zusammenhang mit nackten Körpern aus. Und es war ein spannendes Spiel von Macht und Verführung. Und die Genialität Newtons liegt darin, dass sich seine Fotografien nie so richtig eindeutig zuordnen lassen. Also Ausbeutung und Emanzipation, Voyeurismus und Erotik, Unterwerfung und Macht. Häufig ist nicht ganz klar, wo die Wirklichkeit endet und die Inszenierung bzw. Interpretation des Betrachters beginnt. Er hat ein sehr, sehr bekanntes Fotoprojekt und zwar die Big Nudes. Ich weiß nicht, ob die Big Nudes bei dir in der Wohnung hängen. Klang eben so ein bisschen danach, aber ich gehe erstmal nicht davon aus. Big Nudes war auf jeden Fall ein Ding, mit dem Helmut bekannt wurde. Worum ging es? Naja, inspiriert von den Berichten der lebensgroß aufgezogenen Aufnahmen von Mitgliedern der RAF in den Räumen einer Anti-Terror-Einheit begann Helmut 1982 unter dem Arbeitstitel The Terrorists damit frontale und leicht untersichtige Aufnahmen von martialisch stilisierten Frauenkörpern zu machen. Die überlebensgroße Präsentation der Nacktbilder wird als neuer Einfall begeistert aufgenommen. Also es gab bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch keine Nacktbilder oder Nacktfotografie, die lebensgroß wiedergegeben wurde, bis Helmut Newton sich von der RAF inspiriert lassen hat. Muss man sich auch erstmal ausdenken, so eine Geschichte. Infolgedessen steigt Helmut zum Superstar auf und bekam Tagessätze um die 10.000 Mark, was für damalige Verhältnisse unglaublich viel Geld war. Er porträtiert Musikgrößen wie David Bowie und Mick Jagger. Die eine oder der andere erinnert sich noch dunkel an diese beiden. Und unter den porträtierten Prominenten waren aber auch Persönlichkeiten wie Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Liv Taylor und Romy Schneider. Also er hatte sie alle vor der Linse. Jetzt die spannende Frage, weil wir sind ja bei Learnings. Was können wir denn von Helmut lernen und was war sein Geheimrezept? Ich habe drei Aspekte mitgebracht, von denen ich glaube, dass wir sie auch sehr gut auf unser Geschäftsleben übertragen können und dass sie unserer Karriere helfen. Punkt 1. You can't supplement skills. Helmut fotografierte oft nur mit einer einfachen Canon 35mm Spiegelreflexkamera mit allen automatischen Einstellungen und einem einfachen Blitz, der oben auf seine Kamera geschoben war. Als ein Artdirektor einmal einen Haufen ausgefallener Lichter für ihn mitbrachte, legte Newton sie alle weg und benutzte nur ein einfaches Setup. Zitat Ich denke, die Dinge sind schon kompliziert genug, ohne sie noch komplizierter zu machen. Deshalb ist meine technische Ausstattung sehr einfach, sehr grundlegend, weil ich dadurch mehr Zeit habe, mit dem Mädchen zu arbeiten, was das Wichtigste ist. Finde ich total spannend, denn man begegnet ja immer wieder in unterschiedlichen Bereichen Menschen, die gar nicht genug Technologie mit an den Start bringen können und hier noch ein Tool und da noch Equipment und tralala. Und in vielen Branchen oder Bereichen sind wir übermäßig besessen von unseren Werkzeugen und technischen Einstellungen. Das führt teilweise sogar dahin, dass wir glauben, dass wir mit begrenzten technischen Möglichkeiten auch nur begrenzten Erfolg haben könnten und wir brauchen auf jeden Fall noch das Monitoring-Tool für 7000 Euro im Monat, sonst geht hier irgendwie gar nichts. Frage, warum eigentlich? Ich glaube, weil wir damit unsere eigenen Unsicherheiten und unseren Mangel an Kunstfertigkeit und Kreativität überdecken wollen. Steile These, aber könnte ja vielleicht zutreffen, dass wir uns selber eine Arbeit nicht zutrauen und deswegen schnell mal zu technischen Möglichkeiten greifen. Wir denken fälschlicherweise, dass wir durch den Kauf einer neuen Kamera oder eines neuen Objektives plötzlich bessere Fotos machen, um mal in der Metapher eines Fotografen zu bleiben. Learning, meiner Meinung nach, nichts ersetzt Skills. Investiere in deine Fähigkeiten statt in dein Equipment. Ja, wir haben das früher beim Fußball auch immer gerne angebracht, nur weil du dir jetzt für 200 Euro Fußballschuhe gekauft hast, schießt du noch nicht mehr Tore als vorher und ich glaube, das lässt sich hier ganz gut übertragen. Learning Nummer 2. Reflect on your old work. Was bedeutet das? Zitat wieder von Helmut. Alles ändert sich. Deine ganze Vorstellung von den Dingen ändert sich. Zumindest meine. Ich habe zwar gewisse Tabus, aber die ändern sich auch. Sie werden immer weniger, je älter ich werde. Früher habe ich Mädchen gehasst, die so standen, die Hände wie ein Fisch. Ich habe mich dann gefragt, was meint er wohl, die Hände wie ein Fisch, aber vielleicht komme ich da noch hinter. Und dann, als ich das Buch Big Nude machte, dachte ich plötzlich, oh, das gefällt mir. Und ich ließ das Mädchen so stehen. Plötzlich fing ich an, es zu mögen. Alles verändert sich. Ich betrachte die Dinge heute auf eine ganz andere Art als noch vor fünf Jahren. Wir vergessen jetzt mal die Mädchen und den Fisch und konzentrieren uns auf den letzten Satz. Nämlich, ich betrachte die Dinge heute auf eine ganz andere Art als noch vor fünf Jahren. Interessanterweise hat Helmut nie etwas weggeschmissen. Also er hat Fotos teilweise nach fünf Jahren wieder herausgeholt und für sich neu bewertet, weil er dann fünf Jahre reicher an Erfahrung war und einfach einen anderen Blick hatte für die Fotos und seine Gewerke. Und plötzlich sind ihm Dinge aufgefallen und gefallen, von denen er vorher dachte, dass es ihn nicht so richtig vom Hocker hauen würde. Also manche Dinge müssen reifen. Gedanken, Impulse und Papiere nicht wegwerfen, nur weil sie ein paar Jahre alt sind. Vielleicht war die Zeit nicht reif. Vielleicht hat man sich selber weiterentwickelt. Und das kenne ich von mir selber auch. Ich habe selber Notizen von vor Jahren im iPhone, die ich mir regelmäßig durchlese. Regelmäßig bedeutet nicht immer mittwochs um 17 Uhr. Aber ich habe dann mal so eine Phase, wo ich durch mein iPhone scrolle und mir angucke, was hast du dir denn eigentlich 2015 so für Notizen gemacht? Und geilerweise dank iCloud und Co. gehen diese Dinge ja nicht verloren. Und ich schnappe immer wieder Impulse auf, wo ich mir denke, ach guck mal spannend, hast du vergessen? Oder findest du heute noch viel besser als damals? Oder du bist jetzt einen Schritt weiter und kannst diese Dinge tatsächlich umsetzen, die du dir damals nur in der Theorie überlegt hast? Ja, vielleicht könnte man die mal angehen. Learning, konserviere deine Gedanken und lass sie reifen. Punkt Nummer drei, und dann sind wir auch schon am Ende meines Blogs zu Helmut Newton, ist Do it for yourself. Helmut Newton verbrachte die meiste Zeit seiner Karriere damit, Fotos für andere zu machen. Für seine Kunden, für Modemagazine und für kommerzielle Zwecke. Als er dann nach einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kam, änderte sich das. Zitat Im Krankenhaus habe ich zum ersten Mal für mich selbst fotografiert. Ich habe alles fotografiert, die Besucher, die Krankenschwestern, die Ärzte. Vielleicht war es, um mich von meiner Krankheit abzulenken. Nie zuvor hatte ich für mich selbst Fotos gemacht. Wunderbare Reisen waren unternommen worden. Erhabende Modelle waren getroffen worden, aber nichts war übrig geblieben. Nicht das kleinste Foto als Aufzeichnung von all dem. Als mir der Arzt nach zehn Tagen zurückhaltender Diagnose mitteilte, dass ich zwar leben würde, aber vorsichtig sein müsste, versprach ich mir, alle Fotos zu machen, auf die ich Lust hatte. Auch hier wieder sehr spannend, beziehungsweise der Klassiker. Menschen müssen erst ins Krankenhaus oder schwere Schicksalsschläge erleben, bis sie zu der Einsicht kommen, dass sie vielleicht auch mal etwas für sich selber machen sollten und nicht immer nur für andere. Man ist im Hamsterrad, vergisst die Arbeit auch für sich selbst zu tun, für die eigene Erfüllung und für das eigene Glück. Natürlich nicht alles und natürlich nicht immer, aber ein Großteil der täglichen Arbeit sollte einen selbst erfüllen und nicht nur den Auftraggeber. Deswegen Learning Nummer drei von Helmut Newton. Wenn deine Arbeit dich nicht genauso glücklich macht wie dein Auftraggeber, wechsel den Job. Joana, was sagst du? Also erstmal Wahnsinn, wie bescheiden das immer alles so klingt. Also wir sprechen hier irgendwie über so Weltstar-Fotografen und am Ende klingt das alles so total bescheiden und als wäre er so ein Purist, der irgendwie auf das Einfache geguckt hat und wie seine Frau danach seinem Tod sagte, das war alles für ihn gar nicht so interessant, auch mit der Nacktheit und so. Man, das hat den groß rausgebracht, ja. Also die RAF-Dinge kannte ich tatsächlich nicht und nein, also diese Fotos hängen bei mir auch nicht in der Wohnung. Keine Big Nudes. Aber genau diese Nackt-Porträts sind ja das, was ihn auch wirklich so weltberühmt gemacht haben und das klingt so super bescheiden. Ich finde das immer wieder spannend irgendwie, was für verschiedene Künstler wir auch kennenlernen, gerade auch jetzt Helmut Newton. Ich fand deine Learnings super zum ersten Punkt zu den Supplement-Skills. Hätte ich eine Frage und zwar, also ich bin voll bei dir, dass man sagt irgendwie, dass man sich manchmal Dinge anschafft oder kauft oder erneuert, weil man denkt, dadurch hat man dann eine größere Fähigkeit oder ist etwas Besseres, kann etwas besser machen, bedeutet das aber ja gar nicht. Man macht ja keine besseren Fotos immer zwingend, wenn man immer ein schlechter Fotograf ist, nur mit einer anderen Kamera. Verstanden. Manchmal ist es aber ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir die Fußballschuhe, ja, die richtig coolen Fußballschuhe anhab, die vielleicht ein bisschen teurer waren und so, dass das mein Selbstbewusstsein total pusht, ja, und irgendwie Aufmerksamkeit bringt und dadurch auch ein Stück weit ich dazu gezwungen werde oder mich selber zwinge, besser zu werden. Wie siehst du das denn? War das noch eine Frage oder? Ja, sorry, habe ich direkt beantwortet. Da hast du direkt beantwortet. Ich stimme dir natürlich total zu. Witzigerweise bringe ich das auch gleich im nächsten Blog mit. Dress like the person you want to be. Das ist ja mittlerweile auch erforscht, unter anderem von Stanford, aber ich möchte nicht zu viel spoilern. Du hast natürlich recht, solche Dinge haben einen unglaublichen psychologischen Effekt auf einen selbst. Ich glaube nicht, dass der von Dauer ist, aber in dem Moment, wo man das erste Mal mit diesen neuen Fußballschuhen auf den Platz geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit das eine oder andere Tor macht, relativ hoch. Die Frage ist nur, was passiert im zweiten, dritten, vierten und fünften Spiel? Also es hat einen psychologischen Effekt, aber ich glaube nur einen Effekt von relativ kurzer Dauer. Wenn du langfristig erfolgreich sein möchtest, dann vertraue lieber dir selbst und investiere in deine persönlichen Skills und nicht in technische Utensilien oder Surroundings. Auch der neue Computer bringt dich nicht so richtig nach vorne. Ich brauche unbedingt dringend einen neuen Computer. Ich glaube schon, der bringt mich auf jeden Fall nach vorne. Aber ja, I can feel you. Ich verstehe das und bin da voll bei dir. Also absolutes Learning. Und auch die anderen beiden kann ich so unterschreiben. Also die kann man auch einfach so stehen lassen, weil ich glaube, dass eine wirklich Dinge nochmal nach einer gewissen Zeit zu betrachten, ist super sinnvoll, auch super smart für einen selber nochmal zu schauen, wie habe ich mich entwickelt? Ob das jetzt auch Jahresziele oder sowas sind, muss man ja gar nicht am Ende des Jahres machen, kann man auch am Mitte des Jahres machen. Einfach mal zu schauen, wo stehe ich? Das war für mich zum Beispiel auch immer super wichtig, einfach zu gucken, gar nicht jetzt zwanghaft in der ersten Januarwoche oder letzten Dezemberwoche, sondern einfach wirklich zu gucken, was habe ich für eine Vision für mein Leben und bin ich da auf dem Weg oder wo justiere ich einfach nochmal nach? Und genauso ist das ja auch mit Dingen, die man mal gemacht hat, da einfach drauf zu schauen und auch zu sagen, wow, cool, dass das mal stattgefunden hat. Oder auch, hey, das war echt ein richtiges Learning, da habe ich mal richtig ins Klo gegriffen, ein oder zwei Jahre. Und gerade in diesem Reflektionsprozess entsteht ja dann auch wieder Neues. Und das finde ich schön. Also das Learning hat mir sehr gefallen. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte. Danke. Gerne. Ich möchte noch hinterher schieben, dass ich in den letzten Jahren immer wieder Menschen begegnet bin, die fehlenden beruflichen Erfolg tatsächlich mit fehlenden Möglichkeiten, teilweise auch technischen Möglichkeiten begründen. Ja, also irgendwie, boah, ich würde so geile Videos produzieren, aber leider habe ich nicht den richtigen Rechner dafür oder nicht das richtige Programm oder ich könnte so geile Fotos machen, aber mir fehlt irgendwie die Kamera oder dies oder das oder jenes. Ich glaube tatsächlich, dass das keine Ausrede sein darf. Sondern da muss man dann halt ein bisschen erfinderischer mit umgehen und sich die Möglichkeiten schaffen. Klar, das ist immer aus der Perspektive eines Mittelständlers gesprochen. Was heißt Mittelständlers? Nicht eines Menschen aus der Mittelschicht, dem es ja dann irgendwie immer wenig an etwas gemangelt hat. Deswegen, wir sitzen hier immer in unserem Handelsblatt-Podcast und reden so von der Welt und tun so, als wäre alles möglich. Es gibt natürlich Szenarien, da mangelt es tatsächlich an Infrastruktur. Das ist mir bewusst. Klar. Aber den meisten, zumindest unserer Zuhörerinnen und Zuhörern eben nicht. Deswegen keine Ausreden suchen, sondern machen. Genau, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Ausreden, immer diese Ausreden. Gibt so viel, bin ich leid, habe ich auch keine Lust drauf. Kenne ich auch, also kennen wir auch. Aber sich da bewusst zu werden, das sind leider nur Ausreden. Genau, und was machen wir mit Ausreden? Pass auf. Ausreden. Wow. Gut, ne? Okay. Einfach wegschießen. Das war die Soundmachine von Mika. Ja, auf jeden Fall. Hier ist irgendwie eine Bombe erst dann wegschießen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal sprechen. Also, ich würde fast sagen, dass wir von dem einen bescheidenen Mann jetzt mal zu dem anderen kommen. Beziehungsweise, ihr dürft das danach bewerten, ob der genauso bescheiden ist. Von Helmut Newton sozusagen zu Peter Lindbergh. Wenn man bei Google, ich habe das mal gemacht, Peter Lindbergh eingibt, erscheinen da über 10 Millionen Einträge. Wahnsinn. Hast du mal deinen Namen gegoogelt, was dann kommt? Nein, aber mindestens 10 Millionen. Bestimmt, ne? Ja. Also, auf jeden Fall eine ganze Menge. Und man spricht von Peter Lindbergh als den Deutschen Revolutionär der Modefotografie. Also, Helmut Newton habt ihr jetzt schon kennengelernt, auch deutsch, ne? Auch ein Stück weit ja revolutionär, würde ich fast sagen, mit der Aktfotografie. Und Peter Lindbergh ebenso deutscher Revolutionär der Modefotografie, der überraschend tatsächlich im September 2019 verstarb. Im Alter von 74 Jahren. Und das Spannende daran war, dass noch bevor seine letzte und erste selbst kuratierte Ausstellung Untold Stories hier in Düsseldorf, da war vielleicht der ein oder andere von euch auch, also bevor die eröffnet wurde, kurz vorher, ist er eben sehr plötzlich verstorben und hat dadurch die ganze Welt auch in eine hohe Anteilnahme gebracht. Wie hat er das geschafft? Wie ist er zu einem Revolutionär der Modefotografie geworden? Und wie hat er es geschafft, die ganze Welt irgendwie in seinen Bann zu ziehen? Also, ich glaube, es ist nicht nur der Ruhrgebiets-Sympathie quasi geschuldet, die ich natürlich sehr gut verstehen kann, so als Mühlheimer. Das wisst ihr ja mittlerweile. Denn er ist in Duisburg groß geworden, zwischen Stahl und Kohle sozusagen. Also, Peter Lindbergh. Ein paar Fakten vielleicht zu ihm. Ist 1944 geboren und zwar in Lissa in Polen als Peter Brodbeck. Auch geil, oder? Brodbeck, auch ein Name. Also, auch wieder einer, der… Warte, warte. Okay, wir müssen echt… Ich überlege mir was Neues. Ja, also, Peter Brodbeck, der dann quasi mit seinen Eltern relativ frisch danach nach Duisburg übergesiedelt ist und auf einem Bauernhof in der Nähe von Duisburg bei seinem Onkel aufgewachsen ist. Und der Vater war Handelsvertreter für Süßwaren, seine Mutter Hausfrau. Der Peter Lindbergh wuchs gemeinsam mit zwei Geschwistern auf. Und also ein bescheidener Bauernjunge, würde ich jetzt mal fast so sagen, ja. Der dann nach Abschluss der Volksschule, so nannte man das ja damals noch, als Schaufenstergestalter angefangen hat, eine Ausbildung zu machen, die auch abgeschlossen hat. Und dann bei den Kaufhausketten Karstadt und Horten. Geil, Horten, ne? Ich weiß, kennst du Horten noch? Nein. Na, guck mal, ich kenn das sogar noch. Also, von den Erzählungen meiner Eltern. Das muss so ein Mülheimer Ding gewesen sein. Nee, nee, das ist ja Ruhrgebiet. Ruhrgebiet. Naja, auf jeden Fall eine Kaufhauskette und da als Schaufenstergestalter gearbeitet hat. Der war auch sportlich, er war Handballtorwart, ich glaube, beim TUS Rheinhausen. Yes, also hier Ruhrgebiet. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Naja, auf jeden Fall ging er dann mit 18 in die Schweiz, danach nach Berlin. Er besuchte Abendkurse an der Kunstakademie. Also hier merkt ihr, hier kommt schon so Schaufenstergestalter, Kunstakademie. Schon der Flair auf jeden Fall in die Richtung der Mode. Danach ging er auf Reisen. Und zwar hat er so ein bisschen den Spuren seines großen Vorbildes, Vincent van Gogh. Ist er so nachgereist nach Aal, also Frankreich und später noch Marokko und Spanien. Also so zwei Jahre so ein bisschen irgendwie, glaube ich, auf so einer Sinnsuche durch die Welt gereist. Beziehungsweise Europa. Und kehrte dann nach Deutschland zurück und ging in Krefeld an die Werkskunstschule für bildende Künste. Und hat einer der letzten Jahrgänge sozusagen dort für bildende Künste mitgemacht. Und ist dann, hat dort auch diesen Abschluss gemacht und ist dann nach Düsseldorf gegangen. Und zwar ist er dann Assistenz geworden in einem Fotografiestudium von Hans Lux sozusagen. Und hat dort sich der Fotografie gewidmet. In diesen Jahren hat er auch seinen Namen geändert. Denn laut Recherchen seinerseits gab es einen Fotografen, der Peter Brotbeck hieß. Und das wollte er natürlich nicht. Außerdem hatte er schon immer so ein bisschen so einen internationalen Flair oder so eine Aura, die er gut fand. Und deswegen nannte er sich dann Lindbergh. Und zwar gab es damals einen Piloten, Charles Lindbergh, der 1927 den ersten Non-Stop-Flug von New York nach Paris schaffte. Und ich glaube, da war er inspiriert und nannte sich von da an Peter Lindbergh. Er ging dann 1978 nach Paris, wo er eben auch zeitlebens verbrachte und auch bis zum Ende sozusagen arbeitete und lebte sehr, sehr, sehr lange auch. Und er arbeitete dort bei der Vogue erst für die italienische Vogue, dann die englische, französische, deutsche und amerikanische Ausgabe. Also ist quasi ein Modekind sozusagen. Vogue habt ihr vorhin schon bei Helmut Newton gehört, eines der, oder wenn das, renommierteste Modemagazin bis heute. Und später arbeitete er dann auch für den New Yorker, für die Vanity Fair, die Allure, das Rolling Stone Magazin. Das wird uns nachher auch noch an anderer Stelle über den Weg laufen. Und ja, ich würde sagen, wer bei der Vogue arbeitet, der kommt gar nicht drum herum, die ersten Freundschaften zu Supermodels zu knüpfen sozusagen. Er hatte von Anfang an einen, ja, eins seiner Merkmale oder eins seiner großen stilistischen Merkmale war die Schwarz-Weiß-Fotografie bis zum Ende hin. Und diese Fotografien, ja, sprechen eigentlich so seine Bildsprache und sind von unter anderem frühen deutschen Filmen und der Berliner Kunstszene in den 20er Jahren inspiriert, als auch von seiner Kindheit im Ruhrgebiet in den 50er Jahren am Rhein. Denn er hat gegenüber der Krupp-Stahlwerke der Industriestadt Duisburg sehr viel Zeit verbracht. Auch interessant fand ich irgendwie, wenn man so Bilder von Lindbergh sieht und wie er so seine Models inszeniert hat, dann war das oft auch so in so einem Industrial Flair und dann diese Schwarz-Weiß-Fotografie. Und somit hat er sehr, sehr früh damit schon ein Markenzeichen gesetzt. Und er ist dann, er hat dann irgendwann Anna Wintour kennengelernt. Die ist zur Vogue gekommen, 1988, zur amerikanischen Vogue. Und ich hoffe, ihr kennt die nicht nur aus Der Teufel trägt Prada. Ja, eine sehr gefürchtete und im Fashion-Business respektierte Ikone, mit der er sich anfreundete. Und mit ihr zusammen dann auch tatsächlich ein bisschen den sehr, bis dahin sehr modischen Stil der Vogue auch auf den Covern. Also wer von euch die Vogue kennt, der weiß, dass die Cover der Vogue immer das Medium eigentlich sind, womit so Modezeitschriften rausgegangen sind. Wer einmal auf so einem Cover war, der war danach Weltstar. Und er hat quasi, ja, mit ihr das ein bisschen gebrochen, die Inszenierung auf dem Cover sozusagen. Und als allererstes mehrere Models gleichzeitig auch quasi auf dieses Cover gebracht. Und wenn ich die Namen nenne, jeder von euch hat die, glaube ich, schon mal gehört. Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Partiz, Cindy Crawford, Christy Turlington und, und, und. Und genau dieses besagte Bild hängt bei mir im Wohnzimmer. Also aus dieser Zeit, ja, End 80er, Anfang 90er, würde ich sagen. Also er schuf damit das Supermodel-Phänomen, was ich nochmal ganz spannend fand, in der Kampagne, die dann die Jahre darauf folgte, in den Straßen von New York. Und hat damit ein Bild der sehr selbstbewussten, natürlichen, starken Frau geprägt. Also Models sozusagen nicht nur in ihrer Form der Mode gesehen, sondern Models, die eben auch über ihre Vertragsfunktion als Modelle hinaus eine große eigenständige internationale Prominenz und Medienpräsenz hatten. Also echte Persönlichkeiten und eben nicht nur schöne Höhlen sozusagen. Und das hat ihm gefallen. Also er hat sehr androgyne Typen ja auch ausgesucht an Modellen, auf sehr große Natürlichkeit gesetzt und eben mit seinen Fotos angefangen, Geschichten zu erzählen. Und es gibt ein sehr ikonisches Shooting mit so einem kleinen Marsmännchen, mit Helena Christensen. Das war in der Wüste, das war für die italienische Vogue 1990. Und das stellt so ein bisschen den Anfang der erzählenden Modefotografie. Und was ist da passiert? Es gab bei dem Shooting in der Wüste einen riesengroßen Sturm. Und alle sind total durchgedreht, weil sie sagten, oh nein, das ganze Shooting ist irgendwie total kaputt. Und er hat das genau genutzt und hat quasi dann diese Bilder ja in diesen Sturm sozusagen rein inszeniert. Und das war dann sozusagen auch der Beginn mit diesem Marsmännchen-Menschen sozusagen mit der Helena Christensen. Er machte unter anderem dann auch Porträts von Catherine Deneuve, Mick Jagger haben wir vorhin schon gehört, Keith Richards, Charlotte Rampling, Tina Turner, John Travolta, Madonna, Sharon Stone, John Malkovich. Alle waren sie dabei. Die Liste ist sehr, sehr lang. Es gibt, glaube ich, keinen, den Lindbergh nicht vor seiner Kamera hatte. Es folgten Ausstellungen, ausgebuchte Ausstellungen, tausende von Besuchern, riesengroße Paychecks. Und er machte daneben auch Filme, Dokumentarfilm über Models. Er führte Regie bei Pina Bausch. Ja, auch kein kleiner Name, die eine Freundin von ihm war. Und kleine Filme von ihm wurden auch in Tribeca auf dem Filmfestival oder in Cannes zum Beispiel gezeigt. Er gewann viele Auszeichnungen und blieb aber dennoch, ganz interessant, immer hinter den Kulissen. Er war überhaupt kein Mann für den Medienrummel. Obwohl man das ja manchmal sieht, wenn man Bilder von ihm sieht im Arm mit den Supermodels, dann denkt man, er war auch so ein Lebemann. Aber das war er tatsächlich gar nicht. Er blieb immer hinter der Kulisse. Und etwas, was dann in den letzten Jahren noch gezeigt wurde, also Untold Stories, habe ich vorhin schon gesagt, in Düsseldorf die Ausstellung, die hier gestartet ist im letzten Jahr. Da hat er dann auch noch mal eine Seite von sich gezeigt. Das sagt der Titel ja schon, Untold Stories. Aufnahmen eben wie zum Beispiel auch Insassen einer Todeszelle. Also er hat sich eben nicht nur mit dem Schönen beschäftigt, sondern auch in den letzten, vielen letzten Jahren eben auch mit sehr ernsthaften Themen, Dokumentar, Fotografie und andersartige Porträtfotografie. Er war bis zuletzt verheiratet in zweiter Ehe und hat vier Söhne. So, ein großartiger Mann. Schwarz-Weiß-Fotografie, Supermodels, das ist immer das, wenn man Peter Lindbergh hört. Aber wir sind ja hier heute bei Learnings. Und ja, was habe ich denn mitgenommen oder was kann man von Peter Lindbergh mitnehmen? Das Erste, was ich sehr früh gemerkt habe in der Recherche, aber auch in meiner eigenen Leidenschaft der Fotografie von Lindbergh, er hatte sehr, sehr früh seinen eigenen Stil entdeckt. Also Schwarz-Weiß-Fotografie, der er wirklich treu geblieben ist. Also er hatte ein Stilmittel, ein Erkennungsmerkmal, seinen eigenen Stil. Und ich glaube ganz fest daran, dass ein eigener Stil immer authentischer und erfolgreicher ist als jeder Mainstream. Also seine Supermodels sollten keine Fantasiekonstrukte sein, sondern eben neben der neuen Weiblichkeit, die ja so inszeniert wurde, wollte er, dass die Models den Blick quasi aus dem Bild rausrichten. Dass sie nicht lächeln, nicht so dieses aufgesetzte Werber-Fotografie-Denken der Madman-Zeit sozusagen, sondern wirklich sehr, sehr nüchtern eigentlich. Und das hatte er sehr schön mit dieser Schwarz-Weiß-Fotografie ausdrücken können. Er wollte, dass das rätselhaft bleibt, wenn man in die Gesichter schaut und Symbole von Komfort, Luxus oder Glamour waren für ihn irgendwie wenig interessant. Da warst du jetzt leider zu spät. Da war ich zu spät. Du hast gesehen, ich hatte die Sound-Machine schon in der Hand. Jetzt habe ich hier meinen Französisch ein bisschen rausgeholt. Diese Glamour. Dieser Glamour. Genau, er wollte eben im Endeffekt mit diesem Glamour sozusagen, den er ja ganz bewusst nicht in seinen Bildern integriert hat, wollte er eben ja diesen spannenden Gegensatz sozusagen erzeugen. Und besonders deutlich wird das auch in den Aufnahmen seit der Jahrtausendwende, in denen hat er nämlich seine Models zum Beispiel im Kontext von politischen Demonstrationen, also Friedensdemonstrationen gezeigt und hat sie dann in einem ganz pompösen Abendkleid in diese Demonstration zum Beispiel reingestellt. Solche Bilder sind auch damals sehr stark durchs Netz gegangen. Also erstes Learning, auf jeden Fall ein eigener Stil, ist immer authentischer und erfolgreicher als der Mainstream. So, das Zweite, was ich von ihm mitgenommen habe, ist seine Menschlichkeit und Menschlichkeit und zum anderen auch diesen Stilbruch, in dem er immer wieder reingegangen ist, in dem er Models wie Menschen behandelt hat und damit eine neue Weiblichkeit in die Branche der Fotografie brachte. Also nichts war gekünstelt, er war mutig, er mochte Natürlichkeit, er hat den Begriff der Schönheit auch neu geprägt und verändert, indem er eben Menschen so wahrgenommen hat, wie sie sind. Und er sagte einmal das größte Kompliment, was er bekommen hat von den Modellen, mit denen er gearbeitet hat, dass die gesagt haben, wir erkennen uns in den Bildern wieder. Und er sagte, nichts Schöneres gibt es für ihn, als wenn sich jemand in dem Bild wiedererkennt und das nicht gekünstelt ist. Und er hat dadurch ein riesengroßes Vertrauen aufgebaut und die ganzen Topstars wollten mit ihm arbeiten, weil sie genau wussten, dass er sie nicht anders darstellt, als sie sind. Also Vertrauen ist die beste Grundlage für erfolgreiche Beziehungen und dann am Ende auch Produkte. Und zu seinem Credo zählte eben auch, dass die besten Modefotos zuerst gute Aufnahmen von Menschen und dann erst der Mode waren. Das fand ich ganz schön. Und dass Mode in seinen Bildern ja eigentlich nie direkt vermittelt wird, sondern Teil des Lebens der Protagonistin ist. Und eben mithilfe dieser Natürlichkeit prägt er eben seinen Stil, welchen er der perfekt durchgestylten Modewelt scheinbar entgegenhielt. Also auch wieder ein Gegensatz sozusagen. Die großen Koryphäen arbeiten ja immer ein Stück weit ein bisschen mit Gegensätzen. Das wiederholt sich auch immer mal wieder hier bei uns bei Learnings. Und das dritte und letzte, er war, und das finde ich auch wirklich super, er war immer im Moment seines Schaffensprozesses anwesend. Also voll da. Und zwar, ich war letztes Jahr, habe ich ein, zufällig eigentlich so ein Kamingespräch im Kunstpalast zu der Ausstellung gebucht. Fünf Euro, nicht mehr. Was man halt so zufällig macht. Was man, was ich manchmal ganz zufällig... So total zufällig. Also ich habe das fünf Euro gebucht, aber es war schon ziemlich zufällig. Naja, das Zufällige kommt jetzt gleich noch. Ich habe es vorweggenommen. Also ich habe mich also letztes Jahr in dieses Kamingespräch, das gibt es bei Ausstellungen, dann kommen manchmal die Museumskuratoren und sprechen eine Stunde auf der Bühne über die Ausstellung. Klingt für manche anderen todlangweilig. Ich finde das super spannend. Bin also dahin mit einer Freundin zusammen und es war ganz, 50 Leute, vielleicht 60 Leute. Und es war angekündigt, dass es eben, das hieß Next to Peter mit Fotografen, dem Jim Rakete, ist auch ein absolut großer Fotograf, guter, guter Freund von Peter Lindbergh gewesen, auch gleiches Alter. Und eben dem Assistenten Stefan Rappow von Peter Lindbergh, der viele Jahre Assistent war. Also jetzt nicht irgendwie, wir reden ein bisschen mit dem Museumsdirektor nur, ohne damit diskretierlich zu sein, sondern schon, da waren zwei Leute angekündigt. Also 50, 60, 70 Leute vielleicht. Natürlich Corona, Abstand und Maske, gar keine Frage. Und dann war die Familie von Peter Lindbergh da anwesend vorne auf einmal. Also die irgendwie Söhne waren da und ich habe mich da inmitten eines irgendwie Familientalks befunden. Und für mich einer der inspirierendsten Momente im letzten Jahr, weil dann wirklich der Jim Rakete und der Stefan Rappow da über Peter Lindbergh gesprochen haben, über ganz viele Dinge hinter den Kameras. Und unter anderem, und deswegen, das ist für mich dieses dritte Learning, auch von seiner Art, im Moment zu arbeiten. Also in dem Moment, in dem er drin war, zu agieren. Nichts anderes hat mehr gezählt. Und wenn das am Set zwei Stunden geplant war und danach 24 Stunden Aufnahme war, dann war das so. Und die haben Geschichten erzählt, wie in New York irgendwie, wie in Shooting, in Räumlichkeiten, coolen Hallen geplant wurde, ein Schneesturm draußen tobte. Und Peter auf einmal sagte, alle raus, wir müssen in diesen Schneesturm. Ja, die halbnackten Models, er sagte immer, das fand er immer ganz nett, wenn die gefroren haben, weil gefrorene Models sahen immer super aus. Also entweder hat er sie dann in den Schneesturm gepackt oder ist mit denen ans Meer gefahren. Das wurde irgendwie mehrfach genannt. Ich musste echt viel schmunzeln. Aber solche Sachen. Er hat den Moment genommen, wenig Planung und ist in dem Moment quasi aufgegangen. Wenn irgendwie die Pause war und die Mädels sich noch Pizza reingeschoben haben vom Buffet und die halbe Pizza noch im Gesicht hing, dann hat er das fotografiert. Er wollte, dass der Krümel da noch im Gesicht hängt. Das hat es natürlich gemacht. Und das fand ich schön. Und das kam rüber in dem Gespräch, auch jetzt nicht durch irgendwie Medien, sondern von Freunden, die das erzählt haben, dass er wirklich sich ganz hingebungsvoll seiner Fotografie gewidmet hat und eben auch, ja, und in dem Moment alles andere hat stehen lassen und bewusst in dem Moment quasi gearbeitet hat. Und damit schließe ich auch ab. Das war ein sehr, sehr inspirierender Moment für mich und von dem ich aber auch noch mal gelernt habe. Wir sagen oft, wir sind so in dem Moment drin, ob das in einem Gespräch ist, ob das, wenn wir mit unseren Kindern spielen oder Patenkindern oder. Und so oft sind wir es nicht. Wir sind halb im Handy, wir sind halb im Meeting, wir sind halb in der Podcast-Vorbereitung für nächste Woche. Wir sind so oft gar nicht im Moment. Und das fand ich wirklich toll. Ich glaube, das kann jeder für sich noch mal mitnehmen, auch zu überlegen, was ist der Moment, in dem ich mich hundertprozentig anwesend fühlen möchte und mich dann bewusst dafür entscheiden. Ich kann nicht 24 Stunden präsent sein, das geht nicht. Aber ich kann mich bewusst entscheiden, wann ich hundertprozentig präsent sein möchte. Super. Ich versuche direkt an den letzten Punkt anzuknüpfen. Tatsächlich stelle ich gerade in Remote-Zeiten fest, dass das relativ wenig geworden ist. Also auch so im Arbeitsalltag. Während man vorher noch in ein Meeting gegangen ist, seinen Kaffeebecher dabei hatte und sich dann vielleicht mal vom Handy hat ablenken lassen, finden Meetings jetzt ja in einer total skurrilen Situation statt. Du guckst auf deinen Monitor, verfolgst eigentlich gerade Teams, aber rechts oben bekommst du eine Mail, links unten bekommst du irgendwas bei Slack, rechts unten WhatsApp und LinkedIn ist auch schon wieder am Blinken. Und so ertappt man sich dabei, dass obwohl man gerade in einem Moment sein sollte, nämlich in einer wichtigen Abstimmung, man plötzlich abschweift und andere Dinge bearbeitet. Selbst jetzt beim Podcast aufnehmen sitze ich vor meinem Rechner und versuche verzweifelt alle Fenster zu schließen, die hier so aufpoppen. Shame on you, ich habe das genau gesehen. Ja, ich glaube tatsächlich dieses Im-Moment-Sein ist eine ganz wichtige, ich weiß gar nicht, ob es eine Tugend ist, ist ein wichtiger Skill, den man sich antrainieren muss. Und ich glaube tatsächlich, dass Achtsamkeit, und die steckt ja auch sehr viel da drin, ein wichtiger Muskel ist, den wir alle trainieren müssen durch unterschiedliche Übungen. Ich mache ja hin und wieder mal Meditation, viel zu wenig und die hilft auch dabei, achtsam zu werden und sich auf einen Moment einzulassen. Und ich stelle immer wieder fest und dann komme ich auch zum Punkt, dass man genau dann am besten ist und am besten performt, wenn man zu 110 Prozent in diesem Moment ist, alles andere ausblendet und all seinen Fokus auf das gerade Besprochene richtet. Ja, absolut. Guck mal, ich will ein bisschen prollen, ne? Meditation, meine Meditations-App, wie viele Tage ich am Stück geschafft habe zu meditieren. 81 Tage? Geil, oder? Current Run? Wahnsinn, 81 Tage am Stück. Was ist das für eine App? Headspace. Guck mal, Headspace. Ich hatte lange Headspace und bin jetzt auf Calm, also C-A-L-M gewechselt, aber naja, es lag nicht an der App. Da sind wir wieder bei den Tools, ne? Meditier doch einfach und red nicht so viel über Tools. Genau. Spannend. Wie kriegen wir jetzt die Brücke zu unseren Freunden von Zipgate? Denn Zipgate ist natürlich auch diese Woche wieder mit am Start. Wie ihr wisst, hat sich Tobias mit Pia von Zipgate getroffen und einige Fragen besprochen. In dieser Woche geht es um die Expansion nach Spanien und da hören wir jetzt mal rein. Ihr hattet erwähnt, dass bei euch möglichst der entscheidet, der sich am besten mit dem Thema auskennt. Also bestenfalls der Entwickler und nicht sein Vorgesetzter. Bei Meinungsverschiedenheiten greift dann aber doch die klassische Hierarchie oder wie läuft das? Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Expansion nach Spanien planen würdet, würde es dann einen Hauptverantwortlichen für dieses Projekt Spanien geben, der im Zweifel auch für alles das letzte Wort hat? Oder würde der zum Beispiel einen Verantwortlichen für die Standortauswahl des Büros bestimmen? Und dieser einmal bestimmte Verantwortliche darf dann auch autonom entscheiden, ohne dass ihm der Vorgesetzte reinquatschen kann. Expansion nach Spanien ist nicht die schlechteste Idee. Ich gebe das mal weiter. Spaß beiseite. In der Frage, da stecken für mich zwei wichtige Sachen drin. Die erste ist, dass wir zunehmend versuchen, nicht auf Basis von Meinungen zu entscheiden, sondern auf Basis von Argumenten. Das klingt jetzt total easy, ist aber ultraschwer. Über Meinungen lässt sich nämlich eigentlich gar nicht streiten, weil die immer richtig sind. Meine Meinung kann nicht richtiger sein als deine. Es ist ja meine Meinung. Und wir haben beide in unserer Meinung recht. Argumente dagegen, denen kann man widersprechen, weil sie richtig oder falsch sein können. Und wirkliche Argumente zu finden, ist oft gar nicht so einfach und das muss echt geübt werden. Zumal wir echt ein ziemlich gefühls- und meinungsgetriebener Haufen sind und da fallen dann in echten Diskussionen und echten Meetings schon mal so Sätze wie Ja, das ist gefühlt so und so. Und da muss dann jemand im Raum wach genug sein und nach echten Argumenten fragen, die unabhängig von Meinungen Bestand haben können. Und wenn man die dann gefunden hat, nimmt das oft sofort so eine emotionale Hitze aus vielen Diskussionen und Themen raus. Die zweite Sache ist, dass wir für größere strategische Themen sozusagen extra Leute haben, die sich damit beschäftigen. Ob wir jetzt einen Standort in Miami aufmachen, in irgendwo in Spanien oder den nächsten auf dem Mond, würden zum Beispiel unsere Strategen entscheiden. Das ist eine Gruppe, die sich aus unseren Product Leads und unserer Geschäftsführung zusammen mischt und die sich sozusagen um die großen Gedanken scheren. Und die dafür sorgen, dass unsere Firma irgendwie zukunftsfähig in die Zukunft geht. Und das entlastet die Teams, weil die diese übergeordnete Meta-Ebene dann gar nicht jeden Tag im Daily Business mitdenken und mitentscheiden müssen. Das heißt bei weitem nicht, dass die nichts zu sagen haben. Die entscheiden dann aber zum Beispiel, wenn es um Produkt- oder Portfolio-Strategie geht, wie sie auf Team-Ebene die Strategie umsetzen wollen. Wenn es jetzt zum Beispiel darum gehen würde, dass die Strategen entschieden haben, dass es super wichtig für SIPGates Zukunft ist, dass wir ein Mond-Office haben, dann müssten wir uns dagegen auf teamübergreifender Ebene wahrscheinlich irgendwie Gedanken darüber machen, wie wir unsere Kultur interplanetarisch aufrechterhalten oder so. Also da gibt es schon eine relativ klare Trennung. Ja, vielen Dank an Tobias und Pia, die beide gerade nicht im Studio sitzen, fand ich wieder total spannend. Generell ist SIPGate ja ein sehr spannendes Unternehmen und das bringt uns wieder zu der extra von SIPGate eingerichteten Landingpage für alle treuen Learnings-Hörerinnen und Hörer. Nämlich auf www.zipgate.de-learnings-podcast kann man sich tatsächlich die 24 Work-Hacks von SIPGate kostenlos herunterladen. Haben wir natürlich beide gemacht, Joanna und ich und wir sind große Fans. Deswegen tut das bitte, falls nicht ohnehin schon geschehen. So, von SIPGate zu Cindy Sherman, die ich, wie eben schon gebeichtet, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Du sagst zu Recht, das gibt es doch gar nicht. Nee, Cindy kannte ich nicht, bin aber schwer beeindruckt und sie hat ja auch wirklich eine ganze, ganze Reihe an Referenzen. Unter anderem hat die Zeitschrift Art News sie 1999 unter die zehn besten lebenden Künstler oder Künstlerinnen gewählt. Muss man auch erstmal schaffen. Kurioserweise werden viele Künstler ja erst nach dem Ableben berühmt. Habe ich bis heute nicht so richtig verstanden, aber gehört wohl dazu. Cindy ist auf jeden Fall bekannt vor allem für ihre Fotoserien, in denen sie sich konzeptuell mit Fragen der Identität, Rollenbildern und Körperlichkeit beschäftigt. Klingt fürchterlich kompliziert und verkopft, ist aber richtig gut. Wir hören gleich zwei, drei Beispiele. Das Museum of Modern Art in New York zeigte 2012 eine groß angelegte Ausstellung unter dem Titel Cindy Sherman Retrospective. Auch das ein großer Erfolg, natürlich wie so vieles, was Cindy anpackte. Ihre Fotografien gehören unter anderem zu den teuersten Werken auf dem Kunstmarkt im Bereich Fotografie. 2007 wurde beim Auktionshaus Christie's eine Arbeit für fast drei Millionen US-Dollar versteigert. Also alles nicht von schlechten Eltern, doch wie ging's los? Geboren ist Cindy 1954 in Glenridge im US-Bundesstaat New Jersey und sie wuchs in Huntington in New York auf. Ich frag mich gerade Huntington, Huntington Beach ist auch relativ bekannt. Das ist The Huntington Beach wahrscheinlich, ne? Wahnsinn. Sie wuchs dort als Jüngstes von fünf Kindern auf und ihr Weg war mehr oder weniger vorgezeichnet, denn ihr Vater war schon ein passionierter Kamerasammler. Und wer einen passionierten Kamerasammler als Vater hat, da ist natürlich der Weg zur Fotografie ein kurzer. So bekam sie mit zehn Jahren schon ihren ersten Fotoapparat geschenkt. Unglaublich. Und im Herbst 1942 begann sie ein Studium am Art Department der State University of New York in Buffalo. Anfangs interessierte sie sich dort insbesondere für Malen, Zeichnen und Skulptur. Sie entdeckte jedoch relativ schnell die Fotografie als künstlerisches Medium. So kam es dann auch, dass sie 1974 während ihrer Studienzeit zusammen mit ihren Freunden Charles Clow und Robert Longo die unabhängige Künstlergalerie Hall Walls in Buffalo gründete, die heute noch existiert und in der sie selbst 1976 erstmals ausstellte. Im gleichen Jahr, also 1976, machte sie ihren Collegeabschluss und zog anschließend nach New York, wo sie bis heute lebt und arbeitet. Kleiner Funfact mit dem Videokünstler Michael O'Dea oder Oda war sie zweimal verheiratet. Beide Ehen wurden geschieden. Er ist aufgepasst und jetzt wird es interessant, der Einzige, der außer ihr selbst in ihren Bildern auftaucht. Interessant. Total interessant, weil normalerweise macht eine Fotografin ja Fotos von anderen Menschen. Aber Cindy nicht, bei Cindy war es anders, denn genau das war ihr Clou. Ein roter Faden, der sich durch Shermans Werke zieht, sind fotografische Selbstportraits beziehungsweise Selbstinszenierungen in verschiedenen Kostümierungen. Ja, bereits während ihrer Studienzeit entstanden die Serien Untitled A bis E, A to E soll das wahrscheinlich heißen im Englischen, entstanden 1975 und Buzz Riders entstanden im Jahr 1976. Beide Serien wurden zum ersten Mal 2000 in der Tate Gallery ausgestellt. Was passierte dort? Naja, mit Hilfe von Schminke, Perücken und unterschiedlichen Kleidern gab sich Sherman für jede Fotografie ein anderes Aussehen. Für Buzz Riders zum Beispiel verkleiderte sie sich als Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Hautfarbe und verschiedener sozialer Herkunft. Wie ein Fahrgast in einem Bus sitzt jede dieser fiktiven Personen auf einem Stuhl vor einer kahlen Wand. Und selbst bei ihren frühesten Fotografien trieb sie das Rollenspiel bis ins kleinste Detail der Körperhaltung. Und das, was sie damit aussagen möchte, ist relativ klar. Die Künstlerin zeigt mit ihrer großen Bandbreite an Szenarien, dass die Künstlichkeit von Identitäten, die oftmals erst durch die Darstellung etwa in Film und Fotografie entstehen, dazu führen, dass Identität mehr denn je wählbar konstruiert und nach Bedarf formbar ist. Und letzteres finde ich wiederum wahnsinnig spannend für mich, für dich, für uns und die Art und Weise, wie wir im Business auftreten. Denn, und das habe ich vorhin schon gespoilert, als wir kurz im ersten Blog dazu gesprochen haben, Kleidung macht wahnsinnig viel aus. Es gibt ja diese, ist keine Bauernregel, aber dieses Sprichwort, Kleider machen Leute. Und es gibt tatsächlich ein Experiment in Stanford in den 1970ern. Und dieses Experiment zeigt, dass die Kleidung, die man trägt, einen großen Einfluss auf das Verhalten haben kann. Eine Studie zu diesem Thema teilte Menschen in zwei Gruppen ein. Gruppe A trug ihre normale Kleidung, Gruppe B trug ihre normale Kleidung und einen Laborkittel. Als diese Gruppen Tests zur geistigen Beweglichkeit durchführten, machte die Gruppe mit den Laborkitteln etwa halb so viele Fehler wie die andere Gruppe. Du schüttelst den Kopf völlig zurecht, immer wieder bemerkenswert, was in unseren Köpfen so vorgeht. Ein weiteres Experiment oder ein ähnliches Experiment, wieder von Stanford. In diesem Fall trugen beide Gruppen Laborkittel. Gruppe A wurde allerdings gesagt, sie würden einen Malerkittel tragen. Und Gruppe B wurde gesagt, sie würden einen Arztkittel tragen. Naja, in dieser Studie schnitt die Gruppe, die den Arztkittel trug, bei Denkspielen signifikant besser ab, als die Gruppe mit den Malerkitteln. Malerkitteln. Unglaublich. Forscher nennen dieses seltsame Phänomen Enclothed Cognition. Und Enclothed Cognition ist definiert als der systematische Einfluss, den Kleidung auf die psychologischen Prozesse des Trägers hat. Wahnsinn. Also Wissenschaftler glauben, dass Enclothed Cognition sowohl durch die symbolische Bedeutung der Kleidung als auch durch die physische Erfahrung des Tragens entsteht. Und also, auch wenn Cindy es kritisiert und im Prinzip mit ihrem mehr oder weniger ganzen Schaffen anprangert, mein Learning, dress like the person you want to be. Ich glaube tatsächlich, dass das wahnsinnig viel Einfluss auf die Karriere, den Erfolg und die Haltung eines jeden Einzelnen haben könnte. Wie siehst du das? Total. Spricht mir voll aus der Seele. Ich meine, du guckst mich gerade an in deinem schwarzen Kapuzenpullover und ich habe hier ein Kleid an mit einem lilanen Pulli und einer Kette mit einem roten Herzen. Also frag mich mal, was Kleidung angeht. Also ich liebe das ja auch, mich damit auszudrücken. Und deswegen finde ich Cindy Sherman sowieso ganz cool, weil sie halt ja auch das inszeniert, was sie tut. Und das in ihren Bildern ja durch ihre Selbstporträts sehr sichtbar wird. Also sie polarisiert natürlich wahnsinnig durch den Ausdruck, den sie in diese Bilder legt und auch in diesen Rollenspielen, die sie spielt. Und ich hatte an der einen oder anderen Stelle so einen Frida Kahlo-Moment. Also erst mal zweimal den gleichen Typ heiraten, ja. Dann irgendwie diese Selbstporträts, obwohl ja komplett andere Figuren letztlich, andere Künstler. Und dann diese Selbstdarstellung in diesen Selbstporträts. Also schon ganz, ganz spannend. Und ja, auf jeden Fall. Also ich sowieso, ich bin da ja ein großer Verfechter von, einfach das zu tun, was man denkt. Und auch das über Kleidung auszudrücken. Ich habe mir da nie die Butter vom Brot nehmen lassen. Egal wo ich war, auch wenn das in Umgebungen war, wo Anzug getragen wurden, habe ich trotzdem mein rot-lila farbenes Kleid getragen. Also ich finde das wichtig, so zu sein, wie man ist. Natürlich im richtigen Rahmen auch auftreten zu können und unterscheiden zu können, wo komme ich jetzt hier mit Blümchenkleid und wo muss ich aber vielleicht doch den Blazer drüber ziehen, weil es irgendwie gerade wichtig ist, weil ich vielleicht auch einfach in einem Setting bin, wo Kleider nämlich Leute machen, ja. Und genau, ich finde sie spannend. Ich finde sie spannend, unser Lieblingswort des Podcasts, wie uns immer wieder zugerufen wird. Aber das eine ist ja eben so sein, so zu sein, wie man ist. Und das andere ist, so zu sein, wie man sein möchte. Und ich glaube, gerade Letzteres kann eine unglaubliche Kraft entfalten. Ja. Also wenn du CEO werden möchtest, dann zieh dich doch vielleicht auch an wie einer. So ist jetzt relativ kurz gesprungen und relativ flapsig formuliert, aber ein bisschen was steckt dahinter. Und wenn man das mal für sich irgendwie verankert und versteht und auch akzeptiert, dass Kleider Leute machen, das kann man jetzt verteufeln und sagen, ist nicht gut, ist halt die Realität, so funktionieren wir Menschen. Denn wir gucken uns dem gegenüber an und interpretieren dann Dinge in das Auftreten rein. Außer wir kennen die Person extrem gut, dann schauen wir natürlich irgendwo hinter die Fassade und irgendwann hört man auch auf, auf das Aussehen zu achten. Aber gerade im Business ist das einfach ein Riesenthema. Okay, also wenn du dann demnächst hier sitzt mit dem Arztkittel, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Da wird meine Podcast-Performance in ungeahnte Höhen. Oh, das müssen wir mal ausprobieren. Meinst du? Ja, wir testen mal sowas. Wir setzen uns total schlau hier hin. Irgendwie, keine Ahnung. Können wir machen. Ja, wir sehen aber ja eh schon ein bisschen aus wie Mark Zuckerberg und David Spiegel. Von daher, da kann man jetzt auch nicht so viel tun. Nein, Spaß beiseite. Ja, ich schlage die Brücke von einer großartigen Frau der Fotografiegeschichte zu einer weiteren großartigen Frau und zwar Annie Leibovitz. Und zwar, ja, Annie Leibovitz ist wahrscheinlich die einzige Fotografin, das fand ich genial, als ich das gelesen habe, die der Queen jemals vorschrieb, was sie mit ihrer Krone zu machen hat. Ja, also das hat sich Annie herausgenommen, die ja auch sehr extrem unterwegs war, aber das erfahrt ihr jetzt. Und zwar... Queen, ich muss kurz einhacken. Ich finde, die Queen ist ja jetzt, wo ich The Crown gesehen habe, eigentlich eine total coole Socke. Voll. Fandst du es vorher nicht? Ich konnte sie nicht lesen. Okay. Ich habe sie halt irgendwie als diese sehr strenge, immer auf Regeln achtende und auf Konformitäten achtende Frau wahrgenommen. Aber dass es Momente gibt, wo sie sich auch unglaublich locker machen kann und eigentlich ein Mensch wie du und ich ist, hatte ich so nicht am Schirm. Total. Philipp, der Queen-Versteher. Absolut. Dank Netflix. Ja, 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 ja. Dank Netflix. Go Queen. Genau. Und selbst jetzt... Mensch wie du und ich finde ich auch gut. Gut, ne? Ja, ja. Total überraschende Erkenntnis auch, ja. Wir wieder. Du, im Learnings gibst du halt immer mal wieder auch ein paar Kracher und interessant fand ich auch, und dann bin ich auch durch mit meiner Queen-Geschichte, dass selbst jetzt als hier Meghan und Harry ausgepackt haben bei Oprah, du hast es dir sicherlich angehört. Selbstverständlich. Natürlich eine Stunde lang, TV Now Premium Abo läuft, wurde die Queen ja explizit ausgeklammert. Also auch Harry hat gesagt und ich glaube auch Meghan, die Queen war immer cool. Oder sie haben einfach riesengroße Angst. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht es um Großmeisterliches und das beschreibt auch Annie Leibovitz. Sie balancierte nämlich mühelos zwischen Kunst und Netflix, apropos Netflix, Entertainment. Also zwischen Kunst und Entertainment und atmet den Geist des Großmeisterlichen ein, sagt man. Ich habe ein Zitat von ihr gelesen und das lese ich euch mal vor. Sie sagte, ich war ja noch ein Kind damals und man musste da wirklich die Klappe halten, wenn man nichts Wichtiges zu sagen hatte. Außerdem musste man einen guten Sinn für Humor haben und natürlich auch lernen zu trinken und Drogen zu nehmen. Ich habe mein Bestes getan. Puh, da musste ich erst mal kurz durchatmen und dachte so, wow. Aber in zwei Sätzen beschreibt das sehr, sehr gut tatsächlich ihren Lebensweg und auch ihren Arbeitsweg. Denn also Annie Leibovitz als Anna Lou Leibovitz geboren und zwar im Oktober 1949 in Waterbury in Connecticut. Also auch eine Amerikanerin sozusagen und sie zählt zu den bekanntesten und bestbezahlten Fotografinnen der Welt. Ihre aufwendig inszenierten Fotoporträts von vielen US-Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Kultur machten sie selbst weltberühmt. Sie prägte damit und erfand irgendwie, ja, die Ikonografie, sagt man, all dessen, was das popkulturelle kollektive Bildergedächtnis seit den 70er Jahren bestimmt hat. So, das muss man jetzt sich jetzt erst mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, was dieser Satz bedeutet, ja. Also sie hat sozusagen Popkultur, Ikone in der Fotografie mitentwickelt. Wie ist das denn vonstatten gegangen? Also sie ist aufgewachsen als drittes von sechs Kindern einer jüdischen Familie. Ihr Vater war Offizier der US Air Force. Die Mutter war Tänzerin und Tanzlehrerin. Und sie hatte das Glück tatsächlich, also ihr Glück, dass ihr Vater während des Vietnamkriegs in seinem Einsatz öfter tatsächlich verletzt war und dadurch zur Genesung stationiert auf den Philippinen. Wo sie dann schon als kleines Kind mit einer, da haben wir wieder die 35 Millimeter Kleinbildkamera, die wir heute schon mal gehört haben und damit die ersten Aufnahmen sozusagen machte, noch als Kind. Sie ist dann 1967 an San Francisco Art Institute gegangen, um Malerei und Fotografie zu studieren und Kunstlehrerin werden zu wollen. Also auch interessant, sie wollte Kunstlehrerin werden. Hat dann ganz ambitioniert Fotomappen gemacht, wie man das so an Kunsthochschulen macht. Und ein Freund von ihr oder Freundin, auf jeden Fall aus ihrem Freundeskreis, hat ihr damals gesagt 1970, du deine Fotomappe ist so super. Ich kenne den Art Director vom Musikmagazin Rolling Stone und gib doch mal da deine Fotomappe ab. Und sie war eher so, sie wollte ja Kunstlehrerin werden. Also hat dann da diese Mappe abgegeben und der Art Director war total aus dem Häuschen, war mega beeindruckt und stellte sie dann an. Und sie blieb dann da Cheffotografin, 13 Jahre glaube ich waren es insgesamt. Also über zehn Jahre ist sie dann beim Rolling Stone Magazin gewesen als Cheffotografin mit ihrem sehr unnachahmbaren Stil. Und was war das denn? Also ihre besondere Herangehensweise bestand darin, dass sie denn dann in der Zeit des Rolling Stone Magazins, also ihrer Schaffenszeit dort, mit den jeweiligen Musikern für zwei bis drei Tage richtig unterwegs war. Also von morgens bis abends, nachts, die war die ganze Zeit dabei, um eben diesen Alltag zu teilen und um dabei entspannte und vertrauliche Aufnahmen machen zu können. Sie wollte eben ein Teil des Ganzen werden und bei ihren Aufnahmen auch nicht auffallen. Also sie wollte kein Setting haben, sie wollte dabei sein. Ja, was dann leider auch mit damit einherging und das war das, was sie glaube ich in dem einen Zitat am Anfang ausdrückte. Wenn du Teil irgendwie des Ganzen sein willst, dann kam sie nicht drumherum, auch eine ziemlich steile Drogenkarriere zu machen. Sie wurde kokainabhängig und einige Jahre stürzte relativ stark, auch während der Zeit des Rolling Stone Magazins ab und fasste sich dann aber auch nochmal durch eben Mentoren, die an ihrer Seite standen und therapierte ihre Kokainsucht und kam dann wieder auf den richtigen Weg. Sie auch im Freundeskreis hatte sie jemand, der dann 1983 ja mit ihr zusammen die Vanity Fair auch ein ganz renommiertes Modemagazin aufbaute und dort ist sie dann auch hingewechselt. Also so hat sie dann vom Musikmagazin sozusagen ist sie rüber zur Modewelt und hat dort auch das erste Mal dann so Berührung bekommen mit Aktfotografie, Reportagen, Werbung sehr stark ja auch zu der Zeit in den 80ern. Und auch ganz starken Stilbrüchen in der Fotografie. Also alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, sind ja in einer ungefähr ähnlichen Zeit auch, von daher habt ihr schon ein bisschen jetzt in diesem Podcast gelernt. Also Aktfotografie war ein großes Thema, 70er, 80er, aber eben auch Reportage, Werbung und Stilbrüche. Sie machte bekannte Aufnahmen, wie zum Beispiel, die Bilder kennt ihr vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, das letzte Bild von John Lennon und Yoko Ono. Das ist so ein Bild, wo John Lennon nackt sich so um Yoko Ono schlängelt, kurz bevor er dann ermordet wurde. Also das Bild wurde nicht davor gemacht, aber zeitlich gesehen davor sozusagen. Nicht, dass hier falsche Gerüchte entstehen. Oder auch sehr feministische Aufnahmen, zum Beispiel von Demi Moores Babybauch damals mit ihrem ersten Baby, was damals so auch in der Presse für ein großes Aufsehen im Positiven für so eine feministische Entwicklung sozusagen stand. Aber auch, das Bild kennt ihr bestimmt, Michael Jacksons Bild auf Zehenspitzen mit diesem fliegenden Hemd. Ja, ein Ikonenbild sozusagen stammt von Annie Leibovitz oder Whoopi Goldberg, die ein Milchbad in einer Badewanne nimmt. Die Familie Obama, Scarlett Johansson bis Donald Trump, alle waren bei ihr auch vor der Kamera. Ihre Cover waren vielfach prämiert und sie hat zum Beispiel auch den Pirelli-Kalender fotografiert. Also sie liebte entgegensätzlich zu Peter Lindbergh die Provokation, während er ja sehr nahbar war und eigentlich das Rampenlicht gar nicht so mochte. War sie so in ihrer Fotografie, mochte sie auch zu provozieren und einfach sehr ikonische Bilder auch darzustellen sozusagen. 1988 lernte sie dann die Publizistin Susanne Sonntag kennen, woraus dann eine Liebesbeziehung entstand. Und zwar ist die Susanne ja Schriftstellerin, genau Publizistin und die beiden hatten zusammen eine Idee für ein Projekt, Women hieß das, wo sie eben verschiedene Frauen dokumentarisch fotografieren und dann auch schriftstellerisch begleiten wollten. Und in der Zeit sind die beiden sich sozusagen näher gekommen und daraus ist eine Beziehung entstanden, die dann auch viele Jahre angehalten hat, 15 Jahre insgesamt, bis zu dem Tod von Susanne, die dann leider an Krebs gestorben ist. Sie haben in der Zeit, mit 51 tatsächlich, hat Annie eine Tochter durch eine Samenspende bekommen und zur Welt gebracht. Und nachdem dann ihre Lebenspartnerin gestorben ist und ihr Vater im gleichen Jahr, stürzte sie eigentlich so nochmal richtig in eine schwere Krise. Und das stürzte sie nicht nur in eine mentale Krise, sondern sie verlor auch die komplette Übersicht über ihre Finanzen, verschuldete sich hoch. Also wenn man sowas hört, dann denkt man Wahnsinn, das sind ja so Menschen, wo wir von Millionen sprechen einfach, die dann solche Schicksalsschläge quasi auch so aus der Bahn werfen. Völlig legitim und die dann einfach, ja, sich da verschulden, sich mit den falschen Leuten irgendwie anlegen. Und sie hat sich dann auch da wieder so selber eigentlich aus der Krise rausgezogen, indem sie sich entschieden hat, nochmal zwei Jahre später, also dann mit 53 sozusagen, nochmal Zwillinge zu bekommen. Nicht alleine, irgendwo die Natur hört ja dann auch mal auf, sondern durch eine Leihmutter tatsächlich. Und das hat ihr wieder positive Energie gegeben. Also diese Frau, würde ich sagen, oder she was living on the edge, das war so mein erster Gedanke, als ich das so gelesen habe, also im Extrem irgendwo drin. Und ich habe zwei Learnings mitgenommen aus der Zeit von Annie Leibovitz. Und zwar das erste, ja, sie weiß ganz genau, was sie will und kommuniziert messerscharf. Ich weiß nicht, ob das aus der Offizierskarriere ihres Vaters kommt, woher das auch immer kommt, aber sie mochte klare Ansagen und klare Kommunikation. Und sie hat ja alle bei sich gehabt. Obama im Oval Office, Stephen Hawking, Marina Abramowitsch als Schlangenfrau abgelichtet. Ihr Stil atmet eigentlich das Pathos des Großmeisterlichen, gedeckte Farbigkeit und Opulenz ein. Und trotzdem bleibt sie irgendwie hellwach für gegenwärtige Phänomene. So hat sie zum Beispiel vor einiger Zeit Kim Kardashian und Kanye West, ja, die so das Selbstbild eigentlich der Selfie-Kultur ja sind oder das zumindest kultiviert haben, abgelichtet. Und hat das sehr, sehr gut verbildlicht, ohne dass sie quasi auf diesen Selfie-Kult aufgesprungen ist. Also sie kann das sehr gut spiegeln, das, was quasi in der Zeit sozusagen im Zeitgeist passiert, aber eben trotzdem diese Nüchternheit dabei zu bewahren, wirklich die Ikonen in dem Bild sprechen zu lassen. Und das sagen viele, gelingt nur jemandem, der so bedingungslos an die Bilder glaubt wie sie. Und auch nochmal interessant, vor jedem Aufnahmetermin stand immer eine sehr, sehr große, umfangreiche Vorbereitung. Also auch ein bisschen anders als zum Beispiel Lindbergh, ja, der so sehr in dem Moment war und in dem Moment dann szenisch Dinge aufgebaut hat. Bei ihr war das so, das war sehr strukturiert. Die Fotoshootings waren super ernst, komplett ernst. Einige sagten, das hat schon so etwas Generalstabsmäßiges. Das war aber auch Teil ihrer Ausstrahlung und ihres Erfolgskonzeptes. Also sie hat die Porträts von den allerschönsten, reichsten, mächtigsten Menschen dieser Welt gemacht mit Budgets, ja, die irgendwie mittelgroße Independent-Filme bezahlen könnten. Und wer in Filmproduktionen schon mal drin war, der weiß, da sprechen wir von sehr, sehr großen Geldsummen. Also sie hat wirklich Produktionsbudgets gehabt, die sprengen jegliche Gedankenwelt in irgendeiner Form von Gut und Böse. Und zum Beispiel auch am Set ein Team von 53 Assistenten, Beleuchtern, Make-up-Künstlern etc. Also eine riesengroße Entourage, die mit ihr da aufgetreten ist. Und letzter Punkt fürs erste Learning. Sie brauchte absolute Ruhe am Set und ganz klare Hierarchien. Und sie machte eben diese glasklaren Ansagen. Das wusste man, wenn man mit ihr gearbeitet hat, dass da jeder den Mund zu halten hat. Also fand ich ziemlich krass. Was ich mitgenommen habe, ist aber an dem Punkt, klare Ansagen und klare Kommunikation sind Gold wert. Wie oft labert man so um den heißen Brei rum. Und sie war da sehr, sehr klar. Sie wusste ganz genau, was sie will. Sie hat ganz klare Ansagen gemacht und hat das dann schon, ob das jetzt richtig oder falsch oder wie auch immer. Lassen wir mal nochmal daher, können wir gleich diskutieren. Aber sie hat das eben, das war so ein, das war etwas, was sie ausgemacht hat. Dass man wusste, wenn man mit ihr arbeitet, am Set ist Ruhe und es gibt klare Ansagen von ihr und das wird dann eingehalten. Das sieht man auch in den Bildern, finde ich, wenn man sich die anguckt. Also die drücken ganz, ganz viel Macht aus und Power und sehr, sehr viel von diesem schönen, reichen, mächtigen. Genau. Das zweite Learning, was ich mitgenommen habe, ist reflektiere das Image, was du aufbaust und hinterfrage, wie du wahrgenommen werden willst. Wie komme ich da drauf? Man könnte ja jetzt meinen, Annie Leibovitz auch so jemand, die ja nur zwischen den Stars und Sternchen dieser Welt irgendwie unterwegs war. Sehr, sehr viel in diesem Glamour, wie ich es vorhin so schön gesagt habe. Im Glamour und Rausch eigentlich der Zeit. Aber auch, ja, eine eigentlich am Ende sehr gebrochene Frau, die auch das Gegenteil mitbekommen hat. Und zwar war sie selber unterwegs, ja auch noch mit ihrer Lebensgefährtin, kulturelle Interventionen in kriegerischen Gebieten, wie zum Beispiel Sarajevo zu machen. Sie hat sich Landschaftsaufnahmen und Dokumentarfotografie gewidmet, bis hin zu der Dokumentation der Krebskrankheit ihrer Lebensgefährtin. Und diese Dokumentation hat auch für sehr viel Wirbel so damals gesorgt, weil sie eben diese sehr dunklen und zuweil morbiden Motive ja gebraucht hat und auch damit ein bisschen gebrochen hat, so in die Schattenwelt des Celebrity-Daseins hinein. Und man hat ihr dann so ein bisschen nachgesagt zum Teil, also sie hat das wirklich inszeniert, ihr müsst euch das so vorstellen, dass sie diese nicht inszeniert, sie hat das dargestellt, wie da ihre Lebenspartnerin eigentlich an so einem Krebsleiden zugrunde gegangen ist. Um aber ganz genau auch darauf aufmerksam zu machen, dass alles andere eine sehr künstlerische Inszenierung der Unsterblichkeitsfantasie ist, wenn man so in diesem ganzen Fame drin ist. Und das hat man ihr dann nicht abgenommen, weil sie halt ihr Leben lang nur diese Fotografie des extremen Glamours, der extremen, ja eigentlich dieser Unsterblichkeitsfantasie geprägt hat durch diese sehr farbgesättigten, übermenschlich perfekten Oberflächen, dieser Star-Fotografie. Und dann am Ende der, also was heißt Ende, also der Schaffenszeit, als dann so vor 15 Jahren genau ihre Lebensgefährtin gestorben ist, das alles nochmal anders zu dokumentieren, hat man das hinterfragt. Also deswegen für mich ein großes Learning auch immer nochmal, was baust du dir auf, auch in jedem Fame, den du hast, ja, welche Bilder produzierst du eigentlich mit deinem Erfolgsmodell, mit dem, was dich erfolgreich macht? Und bist du dann noch der, der du sein willst? Oder wie wirst du am Ende wahrgenommen, wenn dann zum Beispiel sich auch solche lebenserschreckenden Ereignisse, wenn sowas geschieht einfach in deinem Leben? Oh, also jetzt sehr so zu enden, aber genau, wir dürfen ja trotzdem nicht die Augen auch vor den Themen, die irgendwie auf uns alle mal zukommen werden, verschließen. Und wir, genau, haben das ja oft auch, ne, gerade, dass solche Ereignisse auch oft die Kunstwelt, nicht nur die Kunstwelt, auch einfach Protagonisten, die wir hier so bei Learnings besprechen, denen so eine Wende gibt. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, dass man ihr das dann angekreidet hat fast schon, ja, obwohl sie das irgendwie dokumentiert hat und damit was aussagen wollte. Was ein Downer, Joanna. Also stimmungsmäßig so zu enden, finde ich echt frech. Ja, wir wissen ja auch gar nicht, in welcher Situation sich jetzt gerade unsere Hörerinnen und Hörer befinden. Vielleicht wollten sie gerade hochmotiviert zur Arbeit fahren. Wir haben Mittwochmorgen 7.45 Uhr und dann so eine Nummer hier, das sollten wir auf jeden Fall nochmal üben. Nochmal challengen, genau, vielleicht irgendwie Spannungskurve umdrehen oder so. So ist das Leben, du hast recht. Das ist das Leben, das ist einfach so und ich glaube halt auch, ja, ich bin bei dir, Spannungskurve und Co., aber das gehört ja irgendwo am Ende dazu und wir sind auch mittlerweile ganz oft in so einer Gesellschaft angekommen, um jetzt mal so einen Gesellschaftsdiskurs hier aufzumachen, am Ende von Learnings, wo wir einfach diese Dinge ja so weglächeln oder auch einfach immer wieder versuchen, außen rum zu gehen. Und das ist ja schon etwas, auch hier so eine Lebensgefährtin irgendwie in so einem Stil zu verlieren, gerade auch für jemanden, der so im Rampenlicht steht. Das jetzt, lachst du schon wieder auf damit? Ja, wir hatten die Stimmung noch gerade nach oben, jetzt gehst du wieder nach unten. Okay, gut, wir gehen zu Cindy Sherman und ihrer verrückten Outfits, alles klar. Nein. Ich habe ja andere Learnings noch, klare Ansagen, Offizier, was sagst du denn dazu? Super. Oder hier generell, Annie Liebobis. Offizier ist genau mein Thema. Ja, ja. Hättest du dich ablichten lassen von Annie Liebobis? Natürlich. Ich sehe dich da schon eigentlich. Ich mich auch. Euch beide sehe ich da eigentlich mit dem coolen Blick und so. Ja. Könnte ich mir voll vorstellen. Also so inszeniert mit so einem 100 Millionen Dollar Budget, oder? Und 52 Assistenten am Set, finde ich auch gut. Ja, 53 waren es. 53 war diese Zahl. Ich musste auch ein bisschen lachen, als ich es gelesen habe. Dachte, ach so genau nachgezählt, 53 Beleuchter, Assistente. Make-up-Künstler, genau. Ja, viele Dinge. Gut. Lass uns diese Folge nicht unnötig in die Länge ziehen. Nein, bloß nicht. Wir haben hier schon wieder picke, packe volle 85 Minuten. Deswegen lass uns zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Magst du beginnen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe gestartet und zwar mein erstes Learning. Ein eigener Stil ist immer authentischer als der Mainstream. Vertrauen ist die beste Grundlage für erfolgreiche Beziehungen und auch dann am Ende Produkte. Und drittes Learning, finde für dich den Moment, in dem du 100 Prozent anwesend sein willst und entscheide dich auch ganz bewusst dafür. Dann haben wir noch klare Ansagen und Kommunikation sind Gold wert. Immer und überall. Und reflektiere das Image, was du aufbaust und hinterfrage, wie du wahrgenommen werden willst. Ich hatte heute mit dabei. Nichts ersetzt Skills. Investiere in deine Fähigkeiten statt in Equipment. Dann konserviere deine Gedanken und lass sie reifen. Und wenn deine Arbeit dich nicht genauso glücklich macht wie deine Auftraggeber, dann wechsel den Job. Und zu guter Letzt dress like the person you want to be. Yes, das mag ich. Und das war es auch schon wieder bei Learnings, was man heute von Starfotografen lernen kann. Also wenn ihr Feedback habt oder Anregungen, ihr kennt das. Wenn ihr Lust habt auf weitere Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollen, dann schreibt uns einfach eine Mail an kontakt-at-learnings.de oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Instagram oder LinkedIn. Und zudem würde uns natürlich riesig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Ganz einfach auf Abonnieren klicken, auf iTunes und Spotify bewertet. Und ihn natürlich an all eure Freunde, Bekannte, Omas und Opas, Kollegen und viele Menschen, die ihr mögt, weiterleitet. Vielen Dank und bis. Oder macht es wie Mika und schickt uns Soundmachines. Das ist natürlich noch viel geiler als ein Kommentar. Geil. Deswegen Mika nochmal vielen Dank. Shout out. Mega. Mega. Und mit diesem Applaus verabschieden wir uns. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Bis zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.